Einen schönen guten Morgen. Schönen guten Morgen. Wir blicken jetzt aus gutem Grund zurück. Hier war die Hölle los am Wochenende. Das kann ich Ihnen schon mal verraten. Schauen Sie mal. Hunderte Lichter zum Festival of Lights, tausende Gäste und natürlich die Mainzelmännchen alle bei uns im Hauptstadtstudio. Und dazu gab es Musik von Octavo Pa. Endlich haben wir viel von ihm persönlich kennengelernt bei der Nacht des offenen Studios. Manche sind extra von weit her hierher nach Berlin gekommen, um mal hinter unsere Kulissen zu schauen. Und wir haben natürlich gerne alles gezeigt. Und Sie haben sich bestens bewährt, zum Beispiel an der Wetterwand. Das war unglaublich, was ich da für Leute gesehen habe. Die haben sich gut gemacht. Fast hier schon Profimoderatoren oder auf der Aspektebühne. Also ein echt toller Abend. Und wir freuen uns, dass Sie da waren. Danke für Ihren Besuch und bis zum nächsten Mal.